Moin Moin ihr Landratten! Willkommen bei Mach mal Deins. Wir bauen diese Woche ein XXL Schiffe versenken, weil wir machen Schiffe versenken in real life mit Julia Moritz und einem Special Guest. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Vorahnung habt, wer es denn sein könnte. Naja, aber wir bauen ja hier Schiffe versenken in richtig cool selber und zwar so, dass ihr das selber nachbauen könnt. Und im allerersten Schritt schauen wir uns wie immer mal die Materialien an. So, was brauchen wir für unser Schiffe versenken? Also wir brauchen so ein bisschen Styrodur, also kein Styropor, sondern Styrodur. Das ist ziemlich stabil, lässt sich sehr gut verarbeiten. Dann brauchen wir ein bisschen Holz. Wie immer ist übrigens in der Videobeschreibung ein Link, wo die ganzen Maße auch drin sind. Einfach mal reinschauen. Dann, wir brauchen Cuttermesser. Wir brauchen einen 6 mm Bohrer und einen 3 mm Bohrer. Wir brauchen so einen Aufsatz für die drei Schrauben, die wir verwenden. Die Größe ist da jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass wir die beiden Bretter nachher so aneinander machen wollen, dass das passt. Außerdem brauchen wir eine Spraydose mit möglicherweise blauer Farbe oder wie auch immer ihr das Ganze gestalten wollt. Ein bisschen Farbe, Pinsel. Dann brauchen wir doppelseitiges Klebeband, Schleifpapier und solche Dübel. Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr irgendwie schon mal einen Schrank aufgebaut habt. Da sind die oft dabei, um zwei Dinge aneinander zu stecken. Dann brauchen wir nur noch unseren Akkuschrauber und fast hätte ich vergessen, so einen rechten Winkel mit so einem Zentimetermaß dran. Wenn das Ganze ein bisschen kleiner macht, dann könnt ihr auch einfach euer Geodreieck oder so verwenden. Und dann kann es auch schon losgehen. Jetzt müssen wir einmal die Mitte von unserem großen Brett abmessen. Ich weiß, dass das Brett 80 cm groß ist. Das heißt, die Mitte, die wird bei 40 cm sein, wenn mich meine Mathekenntnisse nicht täuschen. So, jetzt markiere ich mir das einmal an zwei Stellen und das Schöne ist, ich habe ja hier so einen rechten Winkel. Das heißt, wenn ich das hier unten anlege, dann habe ich auf jeden Fall nachher die richtige Entfernung. Also hier einmal 40 cm und hier noch einmal 40 cm. Und jetzt kann ich hingehen und kann hier zwischen den zwei Punkten einfach einmal lang gehen. Dann habe ich einmal wunderbar in die Mitte markieren. Und da soll jetzt gleich unser Brett dran. So, das ist diese Abtrennung zwischen den zwei Spielern. Und damit das Ganze hier nachher nicht zerreißt, wenn wir das festschrauben, da müssen wir einmal kurz vorbohren. Und hier gibt es einen ganz, ganz simplen Trick. Und zwar lege ich die Bretter jetzt direkt nebeneinander zum Vorbohren und gehe einmal hin, wo möchte ich denn eigentlich genau bohren. Dann soll ich einmal so, hm, drei Schrauben möchte ich reinmachen. Das heißt, einmal hier mache ich eine Markierung, einmal hier genau in der Mitte so ungefähr und hier nochmal ein bisschen am Rand. Jetzt kann ich beide Sachen vorbohren, getrennt voneinander und kann es nachher einfach wieder aneinander setzen. Und das machen wir jetzt einmal. Einfach in der Mitte einmal reinbohren und darauf achten, dass hier schon recht hündlich bohrt. So, und jetzt bohren wir das gleiche nochmal hier vor. Natürlich darauf achten, dass wir nicht an unseren Tisch reinbohren. So, damit ist einmal alles vorgebohrt. Dann können wir das Ganze jetzt festschrauben. Und auch hier gibt es einen ziemlich coolen Trick. Und zwar schrauben wir jetzt einmal unsere Schrauben so ein bisschen rein schon, dass die Millimeter da raus gucken. Dann können wir da ganz einfach unser anderes Brett drauf setzen. Und das sorgt dafür, dass wir auf jeden Fall das richtig treffen. Und es ist viel leichter, das nachher zusammenzuschrauben. So, mit der letzten Schraube natürlich auch. So, und jetzt guckt das ja hier so ein bisschen raus, die Schraube. Und dann können wir einfach unser anderes Brett nehmen, das da dran setzen und die Schrauben da schon mal so einsetzen, sodass wir die gleich nur noch richtig reindrehen müssen. Dann können wir das nämlich auch alles wunderbar mit einer Hand machen. Also mit zwei Händen, aber mit einer Hand halten, mit der anderen Schrauben. So, hier schon wieder ein Tipp. Und zwar, ihr seht, das ist gerade auf Bohren gestellt. Aber wir wollen natürlich was reinschrauben. Und wenn ich das jetzt ein bisschen runterdrehe und dann zu fest reinschraube, dann seht ihr, der schraubt nicht mehr weiter. Das hat einfach den Vorteil, dass wir unsere Schraube halt dann nicht zu weit reinjagen, weil das ist auch nicht gut fürs Holz. Das heißt, ich kann das jetzt ansetzen, kann schrauben, kann voll durchdrücken. Und wenn er zu viel Widerstand spürt, dann hört er auf zu schrauben. Jetzt guckt die da noch ein bisschen raus. Ich stelle es mal ein bisschen stärker ein. So, und dann ist unsere Schraube perfekt da drin. Das machen wir jetzt noch mit der letzten Schraube. So, zack und perfekt. Unser erstes Spielfeld ist schon mal ganz gut. Und jetzt kann ich mich hier hinstellen, kann irgendwie ein bisschen spielen. Und Moritz kann auf der anderen Seite sein, kann ein bisschen spielen. Und er kann nicht abgucken, was sehr gut ist, weil Moritz gerne abguckt. Nein, macht er nicht. Doch macht er. Wenn man ganz ehrlich ist, er macht es. So, das hier können wir für das erste zur Seite stellen. Und jetzt kommen wir zu unserem Styrodur. Zack. Also hier beim Schiffe versenken ist es ja so, dass man immer so ein Spielfeld braucht, wo man so reinsteckt, wo man schon sozusagen geschossen hat, wo nichts war. Oder wo dann halt ein Schiff war, wo man getroffen hat. Und dafür nehmen wir diese Platten hier. Und da müssen wir jetzt einmal ganz kurz die Löcher vorzeichnen, damit wir die nachher da reinbohren können. Und das machen wir, indem wir wieder unser Lineal hier ansetzen. Auch hier nochmal der Tipp, so ein rechter Winkel, der hilft dabei extrem. So, unsere Styrodurplatten sind 40 cm breit. Und zwar, das sind Quadrate, deswegen ist es in beide Richtungen. Also wir markieren uns einmal hier die Mitte. So, jetzt haben wir die Mitte von unserem Spielfeld gefunden. Und jetzt gehen wir in die Mitte von der Mitte, also auch wieder hier. Das ist jetzt wirklich die Mitte von diesem Quadrat. Und alle drei Zentimeter müssen wir in ein Loch bohren. Das heißt, jetzt hier eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, habe ich hier gezählt? Eins, zwei, drei. So. Zack. Das Ganze machen wir jetzt noch in die andere Richtung. So. Und das Gleiche machen wir jetzt noch in die andere Richtung, sodass wir dann nachher ein komplettes Feld draus kriegen. Ich markiere das Ganze jetzt hier einfach. Also ich mache mir einfach so ein Rasterfeld da drauf. Dann weiß ich nachher, wo ich bohren muss. Und an der Stelle mal ein kurzer Tipp. Wenn ihr diesen rechten Winkel verwendet, ihr könnt den so ein bisschen die überlappen lassen. Und wenn ihr den dann an die Seite anlegt, dann seid ihr auf jeden Fall immer im rechten Winkel. So, fertig markiert. Und jetzt müssen wir das Ganze bohren. Und da gibt es jetzt ein bisschen was zu beachten. Also ich nehme jetzt erstmal einen 6 mm Bohrer, um das Ganze hier zu bohren. Und gleich müssen wir in einem zweiten Schritt dann diese Löcher noch begradigen. Denn das ist gar nicht so ganz einfach durch Styrodur zu bohren. Ich mache jetzt ein Brett nach dem anderen. Und hier wie immer darauf achten, dass ihr nicht in den Tisch rein bohrt. Also das immer so ein bisschen überlappen lassen. Wichtig ist jetzt, dass wir schauen, dass wir von der Mitte aus insgesamt nur 9 Löcher in eine Richtung bohren. Weil das ist das typische Schiffe-Versenken-Spiel. Ich meine, ihr könnt das natürlich auch anders machen, wenn ihr das wollt. Aber so sind die offiziellen Regeln. Und wir spielen hier nach den offiziellen Regeln. Okay, und dann könnt ihr einfach anfangen zu bohren. Falls ihr übrigens nachher mehr als 64 Felder habt, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. So, die Löcher sind gebohrt. Und jetzt gibt es halt einen Trick, weil die sehen ja nicht so richtig, richtig schön aus. Man nimmt so einen Dübel, spannt den in die Bohrmaschine ein. Achtet darauf, dass das gerade ist. Okay. Und dann könnt ihr bei den Löchern einfach nochmal mit dem Dübel nachgehen. Dann sind die so richtig schön rund. Wenn man jetzt schaut, sieht es schon deutlich besser aus. Und da das Ganze ja mit dem Meer zu tun hat, machen wir das Ganze noch schön in blau. Oh, ja genau, wir wollten ja die Bretter ansprühen. Also an der Stelle mal ganz kurz ein Tipp zur Farbe. Die klebt einfach übelst an den Fingern. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr stundenlang eure Hände wascht, dann zieht ein Einmalhandschuh an. Aber ich meine, Hände waschen ist ja gerade innen und meine Hände sind eh immer dreckig. Deswegen mache ich das jetzt mal so. Schön gleichmäßig sprühen. Und auch darauf achten, dass ihr hier die Kanten erwischt, weil die sieht man nachher noch. So. Ey, das sieht schon richtig nach Meer aus. Also tatsächlich, kein Witz, mein Urgroßvater war Kapitän. Und ich glaube, der würde dieses Spiel feiern. So. Brett Nummer eins. So. Das Ganze lassen wir jetzt mal ganz kurz trocknen. Und dann geht's drinnen weiter. So. Wir zeichnen jetzt unser Feld ein. Und dafür nehmen wir wieder unseren rechten Winkel. Legen den hier an der Seite an. Sodass es schön rechtwinklig ist. Und dann ziehen wir einfach mit dem Edding unsere Striche. Zack. Und das machen wir jetzt ganz, ganz oft. Und dann ist unser Spielfeld fertig. Geil. So. Und das mache ich jetzt noch tausendmal. Wir markieren unser Spielfeld. Wir haben neun Reihen. Und machen auf der anderen Seite natürlich A, B, C, D, E, F, G, H. Irgendwas kann denn nochmal? Ah, das I. So, jetzt haben wir das Ganze auf dem Studio eingezeichnet. Jetzt machen wir das Ganze exakt so nochmal beim Holz. So. Letzte Linie. Jetzt zeichnen wir auch einmal hier kurz ein oder tragen ein, was die Felder sind. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ich hab mein Feld vergessen. Zwei. Zwei. Fertig. Ich hab jetzt übrigens hier mit Klebeband einfach nochmal so eine kleine Umrandung gemacht, weil ich einfach fand, dass es schöner aussah und ich halt nicht so ganz, ganz genau gezeichnet hab. Aber ihr könnt im Endeffekt total kreativ werden. Also ihr könntet auch überlegen, ob ihr euch da irgendwie was am Computer designt und ausdruckt oder so. Also im Endeffekt geht's einfach nur um das Prinzip vom Spiel. Und jetzt haben wir unser Spielfeld soweit so gut fertig, müssen das ganz am Ende noch finalisieren und brauchen unsere Schiffe, denn was wäre Schiffe versenken ohne Schiffe. So. Kommen wir zu den Bötchen, denn Schiffe versenken ohne Schiffe wäre irgendwie total absurd. Genau. Und die machen wir auch aus Styrodur und dafür zeichnen wir jetzt einfach die unterschiedlichen Bötchen an. Ich beginne mal hier mit einem Schiff. 15 cm lang, das ist das größte Schiff. Und zwei Zentimeter breit. Perfekt getroffen. Jetzt schneiden wir das Ganze hier erstmal mit dem Cutter natürlich immer vorsichtig sein. Und ganz wichtig, wenn ihr jetzt schneidet, macht nicht diesen Fehler hier, sonst kommt ihr gleich in den Daumen rein, sondern einmal hier in die Richtung, wo ihr nicht schneidet, die Finger halten. Und dann gehe ich hier so lang. So. Das mache ich jetzt ein paar Mal und irgendwann merke ich, ich bin durch. Zack. Hier bin ich jetzt schon mal durch und jetzt noch die andere Seite. Und zack. Fertig. Ist mein Bötchen Nummer 1. Da kommt jetzt der nächste Trick. Styrodur hat diese wunderbare Eigenschaft, dass man das so schön schleifen kann. Und wir schleifen da jetzt so eine Rotes Form draus. Ihr könnt da total kreativ werden, was die Form angeht. Ihr müsst ja auch keine Schiffe nehmen, wenn ihr irgendwie was anderes versenken wollt. Da ist euer Kreativität keine Grenze gesetzt. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr euer Schiff bauen wollt. Oder was es dann halt ist. So. Das sind all meine Bötchen, die ich hier habe. Also hier habe ich zwei kleine Bötchen. Dann zwei mittelgroße Bötchen. Zwei längere Bötchen. Und dann habe ich noch meine ganz langen Bötchen. Hier sind jetzt unsere bisweiten Boote. Und was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist, wir müssen die so anbohren, damit die halt nachher genau diese Löcher haben. Wie auf dem Spielfeld. Das wird jetzt ein bisschen klarer, wenn ich das Spielfeld mal kurz hochhole. Also. Ich nehme jetzt das Schiff und lege das hier drauf. Und ihr seht. Ah. Okay. Das ist halt sechs Felder lang. Und ich muss ja dann markieren können. Hier wurde ich getroffen. Da wurde ich getroffen. Da nicht. Und dafür müssen wir das Ganze anbohren. Jetzt ist aber super, super wichtig, dass ihr euch einmal hier so einen Bohrer nehmt. So ungefähr ein Zentimeter da drüber, also vom Ende des Bohrers so ein Klebeband hinsetzt. Dass hier so eine kleine Fahne übrig bleibt. Dann könnt ihr nämlich sehen, dass ihr nicht zu tief reinbohrt, weil wir wollen diese Schiffe nicht durchbohren. Dann schraubt ihr das in euren Akkuschrauber rein. Jetzt schrauben wir das hier rein und wir übertragen natürlich die Löcher so, wie die hier sind. Das heißt, hier kommt ein Loch hin. Und wie vorhin auch, nehmen wir jetzt unseren Dübel und machen damit die Löcher schön. Damit ist unser Schiffchen fertig. Und nur damit ihr versteht, warum haben wir das jetzt gerade gemacht. Also wir werden gleich noch so Pins machen, mit denen wir dann markieren können. Die machen wir unterschiedlich farbig. Dass zum Beispiel hier ein Treffer war. Oder hier ein Treffer. Damit wir natürlich nachher wissen, wie ist denn der Spielstand. Das heißt, wir machen jetzt das mit diesen Löchern noch einmal für alle Schiffe. So, jetzt sind unsere Schiffchen vorgebohrt. Und jetzt müssen wir nur noch unsere Spielfiguren, also diese Markierung für die Boote, farbig markieren. Und was wir dafür machen, ist einfach, dass wir diese Holzdübel hier nehmen. Ein bisschen Farbe. Ein Pinselchen. Und jetzt müsst ihr einfach echt ganz viele von diesen Teilen hier anmalen. So, jetzt habe ich alle Dinge zusammen. Und jetzt finalisieren wir unser Spiel noch. Jetzt bringen wir einfach noch unsere Spielfelder an. Also ein bisschen ein doppelseitiges Klebeband nehmen. Abschneiden. Hier einmal eine Lage. Hier einmal eine Lage. Und jetzt gehen wir hin. Und bringen unser Spielbrett an. Zack. Das Ganze nochmal auf der anderen Seite. So. Und damit ist unser Spiel fertig. Und das heißt, wir können die erste Runde spielen. Und da Julia und Moritz nicht da sind, werde ich jetzt einfach eine Runde gegen meinen Zwillingsbruder spielen. Und dabei schauen wir uns nochmal ganz kurz die Regeln von dem Spiel an. So. Wir müssen uns ja jetzt erstmal eine Taktik überlegen, damit der Vollidiot nicht mitkriegt, was wir hier machen. Und die Idee dahinter ist bei mir. Also, ich packe die alle auf einen Haufen. Normalerweise würde man ja denken, dass man die total wild verteilt. Und niemand würde auf die Idee kommen, dass er alle Felder nebeneinander wählen muss. Und ich mache daraus einfach so einen krassen Batzen. Na gut. Also wenn jetzt beide Spieler ihre Position verteilt haben, dann geht es los. Der Reihe nach sagt man, ob das und das das Feld ist. Ich fange mal an mit B2. Ne. Ist kein Treffer. Kein Treffer. Es war kein Treffer. Also kann ich hier mit so einem blauen Pinnchen markieren, dass hier anscheinend kein Brot ist. Du bist dran. Ok. Ich nehme A1. Verdammt. Ok. Jetzt hat er natürlich gewusst, A1 ist ein Treffer. Aber nicht so schlimm. Wir haben ja noch genug Felder, wo der reintreffen kann. Ok. Dann probiere ich es mal mit C3. Nein. Nein. Verdammt. Sehr, sehr gut. Ja, es ist ein Treffer. Wenn ich mir hier markieren habe ich einen Treffer gelandet. Ok. Du markierst das auch schön bei dir, ne? Du kriegst es richtig, weil du versuchst mich zu verarschen wirklich, dann nachher gibt es richtig Ärger. So, wir spielen jetzt noch unsere Runde hier fertig und ihr könnt mal vorbeischauen, weil ich habe zusammen mit dem Special Guest, der diese Woche bei uns ist, und Julia und Moritz eine ziemlich krasse Aktion gemacht, denn wir spielen diese Woche Schiffe versenken in real life.